Was ist das? Nein, du Damm! 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 Wo ist das? Was? Das war Patakadame. Das Wesentliche bei Patakadame ist, dass du dir den Arm mit deinem Kopf eingrenzt. Ja? Und mit dem Kopf hinst du deine Hände miteinander hin. So, ja, genau. Ja, das geht. Ja, das geht. Der ist schön. Ja, den muss man bis nach hinten den Übergang haben. Der ist schön. Aber das geht nicht mehr. Du musst nicht mehr Schwung rein. Du kannst ruhig ein Stück aufstehen. Du kannst jetzt erstrieren. Jetzt erstrieren. Jetzt knie dich auf den Arm. Schlatter den Arm. Nein, nein. Du brauchst den Hals so. Du brauchst den Hals so. Ja. Jetzt kannst du ihn mit Schwung wieder drüber. Ja, genau. Jetzt kannst du ihn mit Schwung wieder drüber. Ja, genau. Ja, genau. Ah! 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 Nein! Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.